Ja, nachher werden wir das Zonenglück haben, dann sterben wir deines sinnlosen Todes. Es überholt sich alles. Never ending story. Erwartete Magazine für eine MP? Ich hab ein Kanister. Das ist gut. Hä? Kann ich Benzin reinmachen? Echt? Was für ein Benzin kann ich reinmachen? Ähm, alles. Oh, das sind 3 hell sogar. Verbleid, geh nur verbleid rein. Oh, ich hab Bleid frei. Geht nicht. Oh Mann, wo? Oh klar. Ich bin tot. Ich bin tot. Ne, irgendein Idioten ist natürlich wieder mit Grauchgranaten und sich werfen. Ach so. Wenn das alles ist. Usines es usual. What is it? Weiß nicht. Hey, wir sind verdammt mittig in der Zone. Okay, wir sterben eines sinnlosen Todes. Ja, traurig aber wahr. Also mehr mittig kannst du fast nicht sein. Welche Richtung wollen wir uns eigentlich arbeiten dann, was so loottechnisch angeht? In der Mitte. Also bleiben wir jetzt einfach hier stehen. Ja. Wir campen. Super Idee. Ich hab noch ein 1er Rucksack. Ich hab noch ein 1er Rucksack schon. Wir haben mit der Zone sind. Ich hab kein WC. Jaaa Meine Probleme hätte ich Das ist nur ein Rucksack, ich schweine in der Weste Aber wir gehen nach Katka rein, also Hier liegt noch ein Zweierhelm, ja Hier ist noch ein 1er Rucksack, ich wollte festbrauchen Komms? Hm? Ah, das wurde ich da hinten Ja, was? Rucksack hast du, oder? Ja Oh, geh mal Katka Good luck, he? Schröte, du findest unsere Leichen in Katka, okay? Ja, ist okay, komm mit Wie bist du ausgerüstet gerade? Ich habe einen 16 Ich auch Und eine Holo Und eine Pumpe Bei wem läuft denn gerade da ein Horrorfilm im Hintergrund? Ich meine Handy glaube Hast du rumquietscht? Nein, das glaube ich nicht Das ist der Stuhl vom Atze, der unter seinem fetten Arsch anfing zu... Ne Ich fass mich gerade rhythmisch an, deswegen Ja, deswegen schreit der Stuhl Hehehe Sieht geschlossen aus, ne Ach Opel Found one big, sorry Nicht Witzig Kann es sein, dass es... AKM Ich gratuliere dir Ja, Alter, ich habe die volle Gangsterknarre Hier ist nochmal ne AKM Falls jemand will Ja, würde ich mir gleich holen, auch wenn ich wahrscheinlich die Munition... Warte was? Würde ich mir gleich holen, auch wenn ich wahrscheinlich die Munition dafür nicht mitnehmen kann Ah, ich habe einen Hubsack, alles gut Okay Hier liegt doch noch ein 1er Helm, falls du forst JAKM Oben, oder? Mhm Also ich habe jetzt auch hier in einem Haus zweimal die Wangenpolster gefunden Das kann doch eigentlich nur heißen, dass hier irgendwo noch noch zwei Wangen rennen Ach, schau, zwei Wangen, oder? Klebst du dir hin, Alter, bist du immer gepolstert Super geil Hure geil Oh neee Was ist, oh ne, hier liegt noch ein zweier Helm Was ist, oh ne, hier liegt noch ein zweier Helm Na komm ich Und ein zweier Rucksack Komm ich auch Komm ich auch Sag mal, was ist denn da im Hintergrund, Abel Sag mal, was ist denn da im Hintergrund, Abel Ja, das ist meine Frau, die guckt wieder auf Pernse für Taube Achso Hey, ich hab'n Bini Aufschlöche Warte wir dir Also du bist der M16A4 und sagst nix, du Hampel Erweitert das Magazin, erweitert das Magazin, also erweitert der Magazin, er hat's Tonnenweise Pulske Was denn? Waffen finde ich, kannst du dir ganz sagen Kann ich doch nicht wissen, dass du ein geil auf einer M16A4 bist Ja Mach dir nix Okay, hier liegt ne Maschinenpistole Danke Oh, hier liegt ne Mini Hier liegt ne Mini Ja, die hab' ich grad weggeworfen Den nehm' ich Chaos hat dich verlaut Jaaa Ich war endlich ein Mann und sage, sie soll die Fresse erhaben War schlecht, Schatz Ah, gar nicht mal so schlecht Richtig wenig Ähm, die Zweierwäste hat schon jemand genommen, oder? Welche Zweierwäste? Boah, mal gecallt hatte ich Ich? Ich hab's bestimmt nicht gecallt, weil ich hab' keine Ahnung Ich will komm' meinen fetten Arsch über diesen Zock Oh, hier oben liegt ne M16A Wo kommt die denn her? Neu Äh, ich würd den ja akard droppen, gell? Also nur mal so Okay, ich dreh schnell um Da, 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 da Ich hätt' schon gerne ein bisschen so'n Visier oder so'n Soll hab' ich doch nicht Ich kann dir gleich nochmal 100 Schiss droppen Hat jemand von euch ne 556 Muni übrig? Äh, ja, jede Menge Ja, das ist doch Lass' uns tausen Lass' uns tausen Außer wir finden eine schöne M416 oder so Habe ich nur verdammt gute Augen oder ist da hinten ein Drop? Wir rennen hier einmal quer über diese scheiß offene Fläche Wo hast du die Mini aufgehoben, oder? Ja Quatsch, das mach' jetzt Aber ich hab' die inzwischen gedroppt wieder, weil ich die AK genommen hab Kann sich glauben, dass überhaupt niemand hier ist, ey Kann sich glauben, dass überhaupt niemand hier ist, ey Ja, hier oben hab' ich schon lange mit Schüsse gehört, mal Geil Hoffentlich geh' mal ins andere Haus, wir treffen uns gleich in Taschen aus, oder? Also hier drin ist zweier Rucksack-Style ohne Ende Habe ich schon Aber danke Ich sag, wenn da jemand ne vernünftige Wäschte findet Und überhaupt meine Wäschte findet, ähm Hatze schmeißt schon mit mir Granaten um sich Beweise es Beweise 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 Für ein Auto Beweise 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 sowas von wir waren aber gelbe häuser kann schon sein das kann sein dass er hinten noch wenn ich so weit von den gelben weil der die wand des auto kam von dahinten und die haben angehalten und ich weiß nicht meine ausgestiegen ist das sind so weiterfahren glaube er dass die oberhalb in den bäumen hocken so wie sie heute kämpft ja gegen vier ich denke gerade was sitzt da für eine aber kann abdrücken wer wieder eine die ganze ist ja dann nehme ich die wo ist sie auch eine irgendjemand 5 5 6 um die meldet aber vor mich haus nämlich ich habe ein headset überfahren mit kabel den vier fachsucher mitten um kurz oder ja hat er üblich das war jetzt echt mal übel da draußen sowas von problem ist ich sehe keinen hier sind noch zwei kampfhosen ich könnte eine neue gebrauchen glaube ich ich habe immer noch keine ahnung von wo die schüsse kamen ich glaube ich habe was von den gelben hausse ich glaube ich habe was von den gelben hausse ich habe mir selber abschossen genau das wäre nicht unüblich für dich also wir sind in der zone drin die bergkette die affenköpfe warte ich glaube ich habe was gesehen ich glaube ich habe was von den gelben häusern ja in dem gelben haus sehe ich auf jeden fall was springt drinnen rum ok also in dem haus richtung 75 was wo jetzt gerade der baum bevorsteht ja so ungefähr ich höre gerade auf dass diese tannenbäume echt schön gemacht haben ja das war da drin er guckt auch gerade in unsere richtung ich glaube da sieht uns auch gerade ja irgendwo kriegt doch eine karte die tür ist doch zu siehst du die tür so bei dem gelb äh bei dem gelben haus 75 mhm da ist links ist ein fenster und da gucken wir uns gerade gegenseitig an ok ich verstehe das wäre eher dein airport war mit der karten au au ich weiß nicht ob ich ihn getroffen habe schweißen ich schieße die ganze zeit gegen diesen scheiß holzrahmen das gibt es doch nicht bitte brotz gibt es nicht aber ich schieße nur gegen den holzrahmen hier total nervig ich sehe noch was ganz weit weg richtung 105 läuft auf offenem feld was haltet ihr davon wenn wir uns hier raus machen und richtung Gatka warte mal wo die zone hingeht also schlaufe nach karten vielleicht haben wir echt glück und die zone geht bei uns zu und die müssen herkommen würde ich feiern ich auch aber kann man eigentlich glaube ich erden oder gut die chance ist null aber ja würde mich immer interessieren wo diese bergaffen hin sind die kämpfen da hinten gerade oder? ja da geht es auch auf den berg richtung 15 ich dachte die kämpfen an dem häuschen da hinten da kommt ein drop runter wir müssen natürlich laufen ich bin jetzt geschockt ein bisschen wir müssen in ihre richtung laufen das hätte ich jetzt nicht erwartet schon so ein bisschen aber ich würde sagen wir gehen schleunigst raus oder? ja vielleicht ein bisschen rechts lang oder auch hinten raus rechts lang ist schon null deckung alter wo willst du hin? willst du wieder auf den berg? ja von mir aus rechts schon da haben wir null deckung da kann man es vergessen aber hier hinten kann man wenigstens vielleicht die die höhe ausnutzen wenn wir das haus auseinander nehmen dann hat man eine chance die falten stehen gerade, kann das sein? ja da hinten ist ein airdrop an dem unteren haus zwischen den beiden häusern müsste der drop sein schön hinterm bäumen bleiben ne? mhm aber ich wiederhole nochmal irgendwas da rechts fuck ja auf offenem feld auf jeden fall auch noch komm wir uns an das gebirge oder an die steine an diese steinwand unterhalb von den häusern oh das ist ja ein drop direkt bei uns da oben muss ja aus den häusern aus dem fenster dann kannst du echt scheiße rausschießen zumindest hier auf diese richtung auf diese richtung richtig gefährlich wird es halt Richtung Gatka runter oder Richtung Besidiger da müssen wir aufpassen da kann einiges kommen wie gesagt ich hätte vor allem was hinrennen sind schon in die richtung die granate war nicht weit weg von dir in die scherze oh die zone kommt hey ist schon sehr hergetrieben volle kanne bitte lass diese paddler in diesem haus ne die ganze zeit so unglück haben jetzt wetten werden angenommen wetten werden ausgesetzt weil die quote sinnlos ist top die fette chillt top die fette grillt oder was glaub ich nicht in dem dünnsten bäumchen überhaupt ah ne da drüben scheint so ne dünne ist wir sind immer noch drin 14 am leben das heißt wir müssen auch brutal aufpassen vom berg oben mit dahin zu kratzen mhm mach ich auch grad eigentlich dürfen wir jetzt keine schüsse mehr abgeben ach schlose ist ein crazy guy was macht der rennt rüber er rennt halt zum war es drin zum job ja ne kurze aber ich hab's jetzt nicht mitgenommen da oben sitzt einer fuck ähm 15 grad auf direkt am berg oben riecht bei den häusern nimm doch weg da sind noch mehr da ist noch mehr ich hab zu spät gesehen da kommen sie hier toti direkt vor dir am berg rennt nach oben der rettet seinen kollegen jetzt keine granaten mehr naja schiebt sich schön leer auf mich wird geschossen ja das ist natürlich so zweiter drüben ist ja klar fick dich doch uns nie hä ohne witz ok wir können aber auch nie glück haben aber gar nie hä ja die zone kommt ja scheiße ja gut also mit ein bisschen mehr glück wäre mehr drin gewesen war ein trauriger ausgang oh ne ich korrigiere es sind noch drei insgesamt